Jetzt haben sie noch einmal gefahren. Das zählt von der Nationsgefühl oberen. Die Uhr zeigt jetzt wieder 29 Minuten an und läuft rückwärts. Was ist denn eigentlich los? Wir sind gerade bei Start-Ziel vorbei. Jetzt fahren wir die Runden fertig und dann noch eine und dann wechseln wir. Bis zum nächsten Mal. Jetzt fahren wir weiter her. Innen, innen, innen bleiben. Ah, Scheiße. Sorry. Leider nicht mehr rausgegangen. Hätten wir gleich innen bleiben sollen und er ist außen vorbei. Ja. Hier fahren wir mal das letzte Eck mit Zeit. Hier. 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 Achtung, jetzt sind die Reifen wieder rausgekommen. Ja, da haben wir nicht. Hier, oder? Ich werde da jetzt mit Haltung geschickt haben, die ist früher immer viel besser gegangen. Der winkt da nicht ganz so. Der winkt eigentlich immer, habe ich nichts mehr. Vorsicht, ich versuche hier nicht zu bleiben. Das ist ein Uranium, dann fangen wir da aus. Ja, jetzt fangen wir da aus. Dann fangen wir da aus. Ich versuche jetzt nicht zu bleiben zu sehen. Ja. Ich höre jetzt ab. Ja, Ok, jetzt ab. Ja, jetzt ab. Ja, jetzt ab. Ich komme aus dem Fahrrad, was. Da habe ich wohl gepfangen. Ja, das war schon gut. Das ist gerne. Ja, das finde ich so gut. Bis zum nächsten Mal.